Im privaten Bereich bin ich ganz optimistisch. Die IT in der Industrie ist im Vergleich zu der IT im angelsächsischen Raum durchaus auf einem sehr guten Standard. Das gibt uns auch Startvorteile mit Blick jetzt auf Industrie 4.0. All das, was öffentlicher Bereich ist, ist notleidend. In Deutschland zu wenig Investition, zu wenig Kompetenz und zu schlechtes Projektmanagement bei der Frage der Transformation von der Papierwelt in die Digitale.